Heute geht es um ihn, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, hörst du zu? Ich höre zu, aber ich will spielen. Wäre gut, wenn du auch mal den Ball zupassen würdest. Der in dir oder was? Zlatan, wenn du mich nicht respektieren willst, dann solltest du zumindest dein Team respektieren. Was willst du? Ich tue alles, was du wolltest. Ich taniere dreimal härter. Ich siehste Tore. Wie ist das denn, Stum? Seine Beine sprechen für ihn. Was willst du eigentlich? Ich will der Beste sein. Dann zeig es auch. Zlatan Ibrahimovic. 25 Spiele, 5 Tore. Mit 20 Toren könnte sogar meine Mutter meine Agentin sein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.